Der Wald. Sehnsuchtsort der Deutschen. Und den kennt keiner so wie er. Peter Wohlleben, Förster und Naturschützer. Sein Buch, das geheime Leben der Bäume, ist ein weltweiter Bestseller und verkaufte sich allein in Deutschland fast eine Million Mal. Sein zentrales Thema, der Naturschutz. Die Natur, die kriegen wir gar nicht kaputt. Was wir kaputt kriegen, ist unser Lebensraum. Und den würde ich gerne erhalten, einfach für unsere Kindeskinder. Von dieser Mission will er auch andere überzeugen. Heute nimmt der Förster zwei Prominente mit in den Schwarzwald auf eine Zweitageswanderung mit dem Ziel Feldsee, inklusive Übernachtung unter freiem Himmel. Sag mal, ich wollte mich verarschen. Guck mal, wie schmal die ist. Ich weiß nicht, also, schau mal, das ist ja, das ist mir echt zu schmal. Da haben wir früher zu zweit drauf geschlafen. Mit von der Partie Jana Palaske, Schauspielerin und Sängerin, bekannt aus Fakio Goethe und vielen TV-Produktionen. Und Marc Marschall, Sänger und Entertainer, zu Hause in allen Genres von Operette bis Jazz. Peter Wohlleben nimmt hier mit auf eine faszinierende Reise zu den Geheimnissen des Waldes. Ihr habt das mal gesehen, im Wald, wenn Bäume so einen Drehwuchs haben, so wie gedreht sind, dann können die Federn wie so eine Lkw-Feder im Sturm. Das ist aber für Bretter ganz blöd. Deswegen züchtet man das weg. Und dann brechen Bäume leicht. Nur um Sex zu machen, verpuppen die sich, fliegen zwei Wochen rum, suchen sich einen Partner, das war's. Und beide sterben dann. Ja, also gut, das Männchen stirbt zuerst. Das hat man beim Menschen ja auch. Peter Wohlleben wollte schon als Kind Naturschützer werden und hat erkannt, dass Naturschutz Menschenschutz ist. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es für ihn ein ganz einfaches Rezept. Ich versuche den Leuten Spaß am Wald zu vermitteln. Mir geht's gar nicht so sehr darum, um Artenvielfalt und damit jetzt jeder zum Naturkämpfer wird. Nein, wenn Menschen mehr Spaß mit Bäumen haben, wenn die merken, hey, das ist wie ein Elefant, der kümmert sich um seine Familie, der hat ein Gedächtnis, der ist einfach nur ein bisschen langsam. Also wenn Leute das begreifen, haben sie auf einmal so viel Spaß mit Bäumen, dass sie automatisch das Richtige tun. Aber auch Peter Wohlleben musste für die Erkenntnis, mit Freude die Natur zu schützen, zunächst Lehrgeld zahlen. Denn es ging ihm nicht immer so gut wie heute. Vor ungefähr zehn Jahren, da hatte ich einen Burnout, eigentlich sagt man heutzutage eine Erschöpfungsdepression, weil ich immer mehr Wald retten wollte. Und das geht natürlich gar nicht. Ich kann nicht den ganzen Wald retten. Und habe dann eben gelernt, bescheidener zu werden, auch in Bezug auf Umweltschutz und mit weniger zufrieden zu sein. Und mittlerweile ist das für mich in eine deutlich bessere Balance gekommen, dass ich sage, mir reicht ein kleiner Beitrag. Und wenn es nur ein einzelner Baum ist, für den ich was tun konnte. Peter Wohlleben ist überzeugt. Bäume sind Lebewesen. Und sie ähneln den Menschen. Dadurch geht er eine Bindung mit dem Wald ein, in der er automatisch mehr Verantwortung übernimmt. Bäume haben Gefühle. Also wenn zum Beispiel ein Brockenkäfer sich einbohrt, dann wandert ein elektrisches Signal durchs Gewebe. Der Baum leitet eine Abwehrreaktion ein. Der warnt seine Kumpels im Umfeld vor über Botenstoffe. Das ist Kommunikation, das ist Empfinden, ganz klar. Es ist langsamer, es ist andersartig. Aber das heißt nicht, dass Bäume das nicht können. Der Naturschützer liebt seinen Wald. Und er möchte seine Begeisterung mit möglichst vielen Menschen teilen und ihnen das geheime Leben der Bäume erklären. Dafür begibt er sich heute auf eine Wanderung durch den Schwarzwald. Und zwar mit zwei prominenten Begleitern. Wir haben heute dabei Marc Marschall, den ich persönlich noch gar nicht richtig kenne. Sohn von Tony Marschall, macht Musik, ist sehr sozial engagiert. Das weiß ich, das klingt gut. Aber ich lasse mich da völlig überraschen. Und dann begleitet uns noch Jana Palaske. Sie war, glaube ich, Dritte bei Let's Dance und lebt viel, weiß ich, halbjährlich oder wie auch immer im Dschungel. Im Dschungel, in einem Baumhaus, glaube ich. Also das ist eine Mischung mit ziemlichen Kontrasten, glaube ich. Seine Gäste befinden sich auf den letzten Metern vor dem Sprung ins Abenteuerwald, dem Hochschwarzwald. Die gebürtige Berlinerin Jana Palaske und Marc Marschall aus Baden-Baden. Ein bisschen neugierig bin ich schon, was da jetzt alles gleich passiert. Weißt du, was passiert? Wir gehen wandern durch den Wald und bauen uns dann eine Übernachtungsstelle und ein Feuer und machen uns was zu essen und so. Das ist für mich Premiere. Ich habe noch nie im Wald übernachtet. Echt? Noch nie. What? Ja. Wieso? Ja, es hat sich nicht ergeben. Du? Ja, ständig. Ich wohne ja eigentlich so zur Hälfte im Dschungel. Und wo? In Asien. Also man nennt mich auch Momogli-Indianer. Also Jana-Indianer und dann Momo. Die bin schon aus Momo und Mogli. Mogogli-Indianer. Weil ich wirklich ständig in Bäumen kletter, hänge. Mein Haus, in dem ich da im Dschungel wohne, ist so eine Art Baumhaus. Also ich habe schon immer mit Bäumen geredet. Ja, ich bin gespannt, ob ich heute Nacht schreien werde. An der ersten Nacht unter freiem Himmel. Der Naturpark Südschwarzwald ist Sommerwandergebiet, Wintersportregion und bekannt für sein exzellentes Höhenklima. Unsere Wanderung beginnt in Hinterzarten und endet am Fuß des Feldbergs mit einer Höhe von 1493 Metern. Der Hochschwarzwald befindet sich im Südwesten Baden-Württembergs in der Nähe von Freiburg. Zudem ist Hinterzarten Geburtsort der Olympiasieger und Skispringer Georg und Dieter Thoma. Oh, merci. Riecht das gut. Hallo. Hallo, ich bin der Peter. Hallo, Jana. Freut mich super, dass wir uns kennenlernen. Mich auch. Eine Ehre. Peter, grüß dich, Marc. Freue mich sehr. Gutes Wetter habt ihr mitgebracht. Yay. Gucken, ob wir überhaupt gelandet sind. Wow, wer trägt das? Ja, genau. Das ist alles für uns. Ich hatte gehofft, ihr tragt das. Vorne ist der Feldberg und wir bewegen uns hier so in das Waldgebiet rein. Gucken mal, wie weit wir kommen. So eine halbe Strecke, würde ich mal sagen, heute. Wird auch kühl nachts, was gut ist. Da gibt es nicht so viele Mücken. Gibt auch nicht so viele Zecken durch die Höhenlage. Auch schön. Das heißt, keine kotzen Hosen. Ja, also sagen wir mal, in Bezug auf die Zecken würde ich jetzt nicht so das Problem sehen. Mit Brombeeren und Brennnesseln werden wir nicht ab und zu mal ein bisschen schreien hören. Aber wir gucken mal, wie zäh du bist. Wie sieht es bei dir aus, ausrüstungstechnisch? Was meinst du? So klamottenmäßig bist du auch... Mit den Schuhen könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber wir gucken einfach mal. Ja, ich laufe immer mit denen. Auch wenn ich wandere und kletere. Die gehören quasi angewachsen. Ich habe gesagt, entweder bin ich barfuß oder Cowboy-Boots. Für mich gibt es nichts anderes. Manchmal Highheels. Ganz selten. Aber nur für so eine Stunde. Kurze Hose, Cowboy-Boots. Okay, warum nicht? Aber wie steht es jetzt ums Essen? Kräftige Nahrung, wichtig für den langen Marsch. Würste dürfen da nicht fehlen, oder? Das ist die Wurst für den Peter. Perfekt. Salami, Würste, Landjäger, Schnäpschen. Ich würde zum Abend super gerne Süßkartoffeln kochen. Die sind toll. Und Avocados sind auch super. Und den Rest, nehmt einfach, was ihr für euch braucht. Wir zwei können ja ein bisschen schieben. Wir können auch ein bisschen Quinoa kochen, wenn jemand anders das auch will. Statt Landjäger, Speck und Schnaps gibt es auf dieser Tour wohl eher Quinoa, Avocado und Kürbis. Gut, die Gentlemen stecken zurück und stellen sich auf einen fast vegetarischen Trip ein. Ich freue mich besonders auf meine 1. Nacht unter freiem Himmel. Das große Glück ist natürlich, dass ich Peter und Jana an meiner Seite habe. Jana hat ja auch schon Urwalderfahrung, wie ich erfahren durfte. Und deswegen kann mir wahrscheinlich nichts passieren. Aber ja, ein bisschen nervös bin ich schon. Ich freue mich auf alles, auf das ganze Erlebnis. Der Startpunkt liegt nahe der Hinterzartner-Adlerstation, dem Olympia-Stützpunkt der Skispringer und nordischen Kombinierer. Und im vielleicht etwas speziellen Outdoor-Outfit, aber dafür mit viel gesunder Nahrung in den Rucksäcken, geht es heute bis zum Nachtlager unter freiem Himmel. Was ist das? Das ist das Himbeere. Ach, das ist Himbeere? Ja, stimmt, kann man auch einen Tee mitmachen. Auch so ganz leicht nach Himbeeren. Ja. Ganz leicht. Ganz leicht unten, ne? Interessant. Dir zuliebe, Peter. Danke. Ich habe gerade hier gesehen, schau mal, was sind das für Käfer? Hm. Mö. Das sind Gartenlaubkäfer, die kleinen Geschwister von Maikäfern. Also die leben nur zwei Wochen, um sich zu paaren. Aber ich finde eigentlich, von der Sichtweise her, ist es eigentlich blöd, die als Käfer zu bezeichnen. Weil wenn die jetzt Eier gelegt haben, dann leben die Larven fast ein Jahr lang im Boden. Und das ist ja das eigentliche Tier. Das ist ihr Leben, ja. Genau. Und nur um Sex zu machen, verpuppen die sich, kommen raus, fliegen zwei Wochen rum, suchen sich einen Partner, so wie die zwei hier. Und die sind gerade happy und das war's. Das ist das Leben zu Ende. Das ist übrigens auch ein schöner Schlusspunkt, oder? Ja, absolut. Also wenn man so abtreten kann, kann man sagen, alles richtig gemacht. Ja, und beide sterben dann? Ja, also gut, das Weibchen, ich glaube, das Männchen stirbt zuerst. Das hat man bei Menschen ja auch, ne? Zumindest was die Statistik sagt. Auf jeden Fall. Und das Weibchen legt dann halt noch Eier und dann muss auch feier. Bei der Zersetzung von Holz zu Humus spielen Käfer eine große Rolle und sind damit wichtige Glieder im Ökosystem Schwarzwald. Aber auch ganz andere Tiere sind hier zu finden. Eine einsame Kuh. Eine einsame Kuh. Jana, wie sieht's bei dir aus? Hunger? Wie meinst du, dass hier das Gras weg ist? Nee, nee, nee. Ich meine nicht, dass du das Gras weg isst. Also ich hab schon als kleines Kind kein Fleisch gegessen. Ich mochte das nie. Aber ich bin da nicht so militant, dass ich sage, der Mensch generell, ähm, darf kein Fleisch essen. Ich weiß es nicht. Und bei dir? Ich bin schon Fleischwässer, ja, muss ich zugeben. Und denk aber immer mal wieder drüber nach, es dann doch mal zu ändern. Aber es ist mir noch nicht gelungen. Ich weiß nicht, warum. Ich hab das... Also bei mir sind das auch emotionale Sachen. Also ich esse auch noch Fleisch. Also wenn man weiß, dass Bäume einfach nur langsamer sind. Die sind ungefähr 10.000 Mal langsamer in ihrem Empfinden. Aber ansonsten gibt es ganz viele Analogien. Also auch im Zug auf Signalverarbeitung. Also auch Schmerzempfinden. Zum Tier oder zum Mensch? Zum Mensch. Ja, so gut. Tier und Mensch würde ich jetzt gar nicht unterscheiden wollen, weil da die meisten Sachen ja identisch sind. So. Und wenn ich jetzt so einen Kerl fälle und macht beispielsweise Weidezaunfälle draus, ne? Ist das auch nicht schön, ne? Nee, deswegen hab ich ja gesagt. Also ich bin froh, dass wir keinen Baum fällen müssen. Also ich meine, klar ist mir bewusst, dass es... Ja. Genau. Gut, da stehen wir jetzt. Also es ist für mich keine Entschuldigung für einen starken Fleischkonsum. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist nicht nach dem Motto, das Grünzeug leidet auch, also kann ich auch direkt Fleisch essen. So meine ich das nicht. Nur für mich, deswegen finde ich das auch von der Diskussion her eigentlich ganz schön, da gibt es für mich kein Dogma. Also es verändert sich auch im Laufe des Lebens. Gut, das hat natürlich auch extrem eingenommen, wenn man dann hört, wie verkommerzialisiert alles wird und was an Vernichtungsmaschinerien bei Tieren mittlerweile stattfindet. Das ist, ich versuche schon wirklich dann biologisch, aber auch nicht nur, dass Bio draufsteht. Das ist ja auch schon mal die nächste Diskussion, auf was kann man sich am Ende verlassen. Am Ende gehe ich dann tatsächlich dahin, wo ich die Menschen kenne. Das ist nur mein erster Schritt. Ich verstehe die Kuh an, das ist das beste Beispiel dafür. Guck mal, wie viel Platz sie hat. Nehmen wir mal an, die würde immer so leben. Dann würde ich so eine Milch gar nicht trinken. Die Wanderung führt weiter über offene Wiesen und Weideflächen hinein in den dichten Fichtenwald. Die Fichte hat hier die ursprünglichen Baumarten fast ganz verschwinden lassen. Die heimische Tanne wurde weitgehend zurückgedrängt und kommt nur noch vereinzelt vor. Und findet man so ein Prachtexemplar von Tanne, muss man einfach innehalten. Vor Freude und Ehrfurcht. Und eine richtig schöne, dicke Tanne. Und das ist eigentlich typisch ein Schwarzwald. Für mich ist das wie in diesem Blauwal oder so. Toll. bräuchte man jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Stehenbleiben. Bei der Gelegenheit mal eine Frage. Was ist denn eigentlich Wald? Gute Frage. Für mich war das als Kind in allererster Linie Freiheit, Natur, keine Zivilisation. Und das ist die Zelle natürlich unseres Lebens wahrscheinlich, die Sauerstoff. Interessanterweise noch nicht mal so. Und das meint man immer. Zum Beispiel im Winter verbrauchen die Bäume, Sauerstoff produzieren nur CO2. Und das ist ja immerhin je nach Baumart bis zu sechs Monate. Also der Großteil von Sauerstoff kommt aus dem Meer. Klar, ich sehe es zum Beispiel immer von der ökologischen Seite, wo ich sage, dieses Ökosystem, das ist so super vielschichtig. Wir gucken ja immer nur auf die Bäume. Ist so. Wenn du einen Wald besuchst, das sagst du, das ist Wald. Aber in dem Fall ist das eine Art, nämlich Fichte. Da sind auch Tannen und ein bisschen Buchen und da und das so. Aber das sind wenige Arten. Und du hast zum Beispiel Hornmilben im Boden. Also kennt ihr die Hornmilben? Es gibt über 600 Arten. Da sind noch gar nicht alle erforscht. Also mehr als es Vogelarten gibt in Europa. Aber da guckt kein Mensch hin. Wir haben jetzt hier zwei, drei Baumarten im Boden. Über 600 Hornmilbenarten alleine. Und da kommen auch Springschwänze. Das ist ja alles Wald. Das ist ja wie ein Uhrwerk, wo du sagst, ich gucke nur auf den Sekundenzeiger. Und du sagst, Moment, aber das sind noch ein paar andere Zahnräder. Und deswegen denken wir auch, wir können Wald leicht ersetzen, indem wir halt wieder was hinbringen. Aber du musst da, also in unserem heimischen Waldsystem Buchen-Urwald sind alleine rund 10.000 Tierarten daran beteiligt. Und ganz viele noch nicht entdeckt. Also wir haben, ich habe mal mit einer Insektenforschung geredet, die sagt, das ist echt traurig. Das kann in Deutschland kaum noch jemand Arten taxieren und dementsprechend auch neue Arten entdecken. Und das sind quasi unsere tropischen Regenwälder, aber man guckt da halt nicht hin. Was ich interessant finde, wenn man mir so ein Gedankenexperiment hat, man würde sich mal auf die Insel Borneo versetzen in 300 Jahren. Und dann stehen halt überall Ölpalmen. Und die Leute sagen, okay, für jede Ölpalmen lieber abhacken Pflanzen und eine neue. Ist das dann Wald? Also die Frage, man würde sagen, hey Freunde, hier war früher Regenwald, also das ist doch kein Wald. Und in einer ähnlichen Situation sind wir jetzt in Deutschland. Das sagen uns ausländische Fachbesucher auch oft. Wir haben mal den Forstschiff aus dem Iran da. Ejatole Monteseri. Und da denkt man immer direkt, oh, Atomprogramm und so weiter und so weiter. Die haben dort die letzten richtig großen Buchen-Urwälder der Erde. Die sind Nordiraner, die werden da super geschützt. Und der hat sich dann in Deutschland, die Schweiz und Österreich angeschaut. War auch bei mir im Revier und hat dann, haben wir über Wald geredet und dann sagt der Wald, was für Wald? Hier ist da gar keiner. Für ihn sind das alles Plantagen. Warum habt ihr keine richtigen Wälder so wie wir? Das hat er dann wirklich gestellt, die Frage. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen peinlich. Okay. Also für mich hat das eine moralische Komponente, dass wir sagen, wir haben in Deutschland zum Beispiel nur noch 3 Promille alte Buchenwälder. Also Waldanteil. Und Brasilien hat noch ungefähr 80% der ursprünglichen Regenwälder. Und da sagen wir immer, nicht mehr dran gehen. Und bei uns fällt es unheimlich schwer zu sagen, komm, lassen wir mal ein paar Prozent in Ruhe. Geht ja nur um ein paar Prozent. Aber da kann man was dran machen. Und wenn man was dran machen kann, muss man dann, wenn man Menschen davon überzeugen muss, denen einen Nutzen davon erklären. Also wenn man was machen will, braucht man ja Menschen, die diesen Gedanken dann vermehren. Und da gibt es zwei Wege. Das eine ist natürlich über Geld. Man sagt, das machen wir auch, dass wir sagen, wir pachten Wald von Waldbesitzern für Jahrzehnte, um dort nichts mehr zu machen. Das ist so eine Art Sponsoring-Projekt. Aber das, was mir noch viel lieber wäre, und das sagte zum Beispiel der iranische Forstchef, sagt er, hier geht es immer nur um Geld. Warum macht man das nicht einfach so? Weil das ist ja stillgelegt, stilllegen kann man ja einen Wald nicht. Man sägt nur nichts mehr ab. Aber man kann ihn ja weiter nutzen, so wie wir das jetzt heute machen. Es gibt so viel Freude, so viel Energie. Das spielt gesundheitlich ja immer eine größere Rolle. Dieses, was jetzt über das Waldbaden und Therapiedinge, die da kommen. Aber auch einfach nur so. Entspannung, das sind ja alles Werte. Und wenn man jetzt mal an afrikanische Elefanten denkt, da geht es ja auch nicht um Geld. Man einfach sagt, die müssen erhalten bleiben. So, das, da, finde ich, müssen wir hinkommen. Das ist aber noch ein langer Weg in Deutschland. Inzwischen gibt es in ganz Europa den Versuch, ausgewählte Waldstücke komplett in Ruhe zu lassen, damit sich hier über die Jahrhunderte wieder ein ursprünglicher Wald quasi aus sich selbst heraus entwickeln kann. Auch der Hochschwarzwald ist in Teilen ein solcher Wald, der sogenannte Bannwald, den unsere Wanderer noch durchlaufen werden. Ich muss sich da ein paar Bromben nehmen. Jetzt wird es für die kurzen Hosen schön. Aber unsere beiden Mitwanderer sind hart im Nehmen. Hier gilt Augen zu und durch. Das nächste Hindernis kommt bestimmt. Mal sehen, wo die Ameisen überall hinkrabbeln. Mach die Hand da so draufgelegt. Nee. Noch nicht? Noch nicht. Aber nur so, also ich würde es nur so machen, so, so ein bisschen, so. Und die, äh, ich mach, das sticht richtig in der Nase. Oh, ja, ja. Ist ja irre. Die, die, guck, was da jetzt los ist. Die richten dann den Hinterleib auf und spritzende Ameisensäure dagegen. Oh, ja. Und das sticht so in der Nase. Also, die Waldameise sind typischer Kulturfolger. In den ursprünglichen Wäldern, die hier waren, in den Laubwäldern, konnten die gar nicht existieren, ne? Weil die können aus Blättern keine Haufen bauen. Und die sind mitgekommen mit den, mit diesen, ähm, gepflanzten Fichtenwäldern. Also, das ist eigentlich eine typische Art, die aus der Taiga kommt, also aus diesen nördlichen Nadelwäldern. Aber gut, die können ja auch nichts dafür, dass sie hier sind. Für mich ist das okay. Das Team um Peter Wohlleben genießt die letzten Meter entlang des Bachlaufs hinab zum Lagerplatz. Boah, was freu ich mich schon auf das Feuer. Und eine süße Kartoffel. Mh, mit Avocado. Ein bisschen Öl. Hör auf, ich krieg einen echt mit Knut, da mag, wenn du so anfängst. Und dann schlafen. So, das sieht doch ganz gut zum Wasserholen aus. Wo man ein bisschen aufpassen sollte, also Oberlauf, wenn es irgendwie geht, keine Viehweide, wo gegüllt oder sonst was ist. Ja, jetzt hier oberhalb ist ein Weiher und da ist ein Wald. Also, es sollte eigentlich okay sein. Also, wenn wir es jetzt genau prüfen wollten, müsste man die Steine umdrehen und gucken, ob da Steinfliegenlarven drunter sind oder Salamanderlarven in so den, weil die brauchen super sauberes Wasser. Aber ich würde sagen, auch die Schaumbildung ist unbedenklich und natürlich. Algen- und Huminsäure des Moorsees bilden diese Bläschen. So, fette Beute. Ich, genau, halte dich nicht fest, so fällst du mit rein. Danke. Oh, Achtung. Ich weiß es aber zu schätzen. Der Lagerplatz ist nicht mehr weit entfernt und nur hier darf Feuer gemacht werden. Das ist im leichten, flammbaren Nadelwald sonst verboten. So, Etappenziel erreicht. Ach, echt? Bravo! Jubel, jubel, du! Aha. Kann sich sogar setzen. Nice. Ach, ja. Geil, Feuer machen. Let's do it. Hungrig, aber vom Ehrgeiz gepackt. Feuer machen wie vor 2000 Jahren. Das ist funke noch. Also, irgendwie. Also, ich meine, ich habe ein Feuerzeug dabei. Wir können auch das Feuerzeug benutzen. Nein! Das ist witzig. Stopp! Jawohl! Herrlich! Das ist hart verdientes Feuer. Yeah, Baby. Ja, Mann. Oh. Das ist ein bisschen Heute auf der Speisekarte im Waldgasthof Wohlleben Kürbis mit Avocado und Quinoa. Wollen wir doch mal sehen, ob es den Jungs schmecken wird. Die Vorkosterin scheint schwer begeistert. Das ist geil. Hau rin. Das Quinoa-Buffet ist offiziell eröffnet. Crunchy. Das ist geil, oder? Das ist, das würde als Haute Cuisine verkauft werden in manchen Orten. Lightly charred broiled quinoa cooked with spring water. Oh, ja. Sag dir, in der Ehe würdest du dafür 50 Dollar zahlen. Zu Recht. Zu Recht, ne? Janas vegetarisches Superfood kommt auch bei Peter und Marc gut an. Wenn hier jemand leichte Bauchschmerzen hat, dann haben die ganz andere Ursachen. Da es ja meine erste Nacht unter freiem Himmel ist, im Wald, gibt es irgendwas, was ich beachten muss? Oder was? Also, wie gesagt, wenn du Fleisch isst, wenn du Wildschwein vorbeikommst, festhalten. Okay. Ein bisschen Obelix ist ja auch in mir drin. Nee, ansonsten gibt es eigentlich nichts. Also, sagen wir mal so, rein theoretisch könnte durch den Schwarzwald auch mal ein Luchs ziehen. Also, die laufen ja auch innerhalb von ein paar Tagen mal 1000 Kilometer. Das ist ja hier keine Entfernung. Aber das ist was Schönes. Also, wenn man das, das werden wir natürlich im Leben nicht sehen. Weil, wenn der irgendwo merkt, hier ist jemand, dann haut der ab. Also, es gibt im Wald nachts überhaupt nichts Gefährliches. Das beruhigt mich doch total. Wie erklärt ihr euch dann diese Faszination mit Feuer? Von so einer Feuerstelle? Weil, wenn ich da reingucke, verliere ich irgendwie so ein bisschen die Trance. Ja, genau. Da komme ich hin draus. Also, ich glaube, da gibt es vielleicht sogar eine genetische Erklärung. Also, ich weiß nicht, ob es dazu eine Forschung gibt, aber Feuer gehört zum Menschen. Also, auch die Gehirnentwicklung ist mit ans Feuer gebunden. Weil das Kochen von Speisen führt dazu, dass du mehr Kalorien zu dir nimmst. und vor allem auch schneller. Also, du hast auch mehr Zeit für andere Sachen dann. Und das machen die Vorfahren des Menschen schon seit anderthalb Millionen Jahren. Wenn du überlegst, was alles genetisch fixiert ist, auch selbst die Fähigkeit, Milch zu verarbeiten, das ist ja erst seit sechs, sieben tausend Jahren in den Genen drin. Ich glaube, das ist echt angeboren. Was ist angeboren, das ist das Wesentliche. Mit Feuer kannst du überall gut sein. Und das ist so, dann ist alles gut. Deine Sicherheit, meinst du? Es gibt Sicherheit, also auch, sagen wir mal, vor Raubtieren. Du warst, ne? Warst du sicher. Du hast auch Macht gehabt. Also, der Feuer hat auch Macht. Du kannst hier, wenn du sagst, ich brauche eine Weidefläche und brennst einfach den Wald ab, das ist Macht. Das ist elementar. Mit ausdrücklicher Genehmigung dürfen die drei im Wald, nahe der Feuerstelle übernachten. Die Fichtenschonung mit ihrem dichten Nadeldach bietet ausreichend Schutz vor Regen. Die Schlafstelle ruft bei Jane allerdings wenig Begeisterung hervor. Hier. Hier. What? Ja. Ja. So wie zu Hause, oder? Also, vom Liegen her, ne? Ich habe mir das bei etwas Besserem Licht mal angeschaut. Hier ist so eine Rinne. Also, man könnte hier so ein bisschen hintereinander liegen oder da und dann noch einer da. Also, wir liegen dann relativ dicht aufeinander. Aber ich denke, das ist okay. Also, ich schnarche zum Beispiel nicht. Das habe ich auch immer gesagt. Das müssen andere beurteilen. Ach so, ich habe hier noch die zwei Kameras. So, dann kannst du so dein Tagesresümee hier reinsprechen. Ja, wunderbar. Oder auch nicht. Alles klar. Sag mal, ich wollte mich verarschen. Guck mal, wie schmal die ist. Ich weiß nicht, also, schau mal, das ist ja, das ist echt, das liegt mir echt zu schmal. Da haben wir früher zu zweit drauf geschlafen. Während Marc Marschall und Peter Wohlleben ihr Nachtquartier schnell finden, muss sich Jana Palaske erst mal mit den Gegebenheiten in Augien. Aber auch das funktioniert. Ich habe mir wirklich ein gemütliches Nest gebaut. Hier. Das kann man jetzt aber einfach im Dunkeln nicht sehen. Aber ich freue mich wirklich darauf. Mal wieder direkt auf dem Erdboden zu schlafen. Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht der Mann Marschall. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich habe einen fantastischen Tag erlebt. Mit Jana und mit Peter. Und jetzt kommt meine Premiere. Das erste Mal unter feinem Himmel. Ich lache mich kaputt. Hoffentlich können die anderen schlafen. Wenn ich mir welche schönen Geschichten erzähle, um mich hoch wird schon gelacht. So soll es sein. Guten Abend, gute Nacht. Ich kann... Ich freue mich auf morgen früh. Ich werde berichten. Ich mache jetzt das Licht aus. Gute Morgen. Zweite Supernacht. Mann, oh Mann. Ich habe es geschafft. Meine erste Nacht unter feinem Himmel. Wahnsinn. Von Jana Palaske ist im Lager nichts zu sehen. Die Frühaufsteherin begrüßt den neuen Tag auf ihre ganz eigene Art. Möge die Macht mit ihr sein. Ah, Peter. Peter. Ja? Guck mal. Da ist sie. Ich habe schon gedacht, der hätte einen Luchs mitgenommen. Ja. So, ich würde sagen, machen wir mal Feuer, oder? Bitte. Bisschen Kaffee. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Aus dieser Kanne endlich. Mein Country and Western Café. Genau. Das Frühstück am Lagerfeuer. Reine Männersache? Natürlich nicht. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Na, wo warst du denn? Wir haben uns Sorgen gemacht. Du warst ja plötzlich mitten in der Nacht weg. Nee, als es sobald es hell geworden ist. Hat dich jemand vertrieben? Ja, du hast geschnarcht. Ich habe geschnarcht. Genau, das war jetzt die Frage. Weil der Marc hat nämlich mich gehört beim Schnarchen. Ich habe gesagt, ich schnarche nicht. Nur wenn der Marc das hört. Das kann sein, dass du auch. Aber nicht laut, also nicht richtig mega gesägt, aber schon ganz tief geschnarcht. Nach stärkendem Frühstück geht es heute durch dichte Fichtenwälder. Ziel ist der Feldsee, umgeben von einem Bannwald. Dieser soll sich zum Urwald von morgen entwickeln und steht daher unter speziellem Schutz. Tja, hier liegen sie, die gestrandeten Wale. So, und hier siehst du schön. Hier im letzten Stadium sind sie von Borkenkäfern angefressen worden. Hier siehst du wohl die kleinen Löcher. Da sind die ausgeschlüpft. Und wenn man mal reinguckt, da sieht man hier die ganzen Gänge, wo die gefressen haben. Und zwar, da sind Förster übrigens kreativ. Also das, wo die sich einbohren und paaren, das heißt Rammelkammer. Klingt also sehr emotionslos. Und dann legen die hier Eier entlang des Gangs. Und dann siehst du hier, wie die von da aus losfressen. Und die Gänge werden immer breiter. Und zwar so, wie die an Gewicht zulegen. Die werden ja auch immer dicker und müssen deswegen breitere Gänge fressen. Und dann am Ende ist dann so ein Loch. Hier kannst du durchgucken. Und dann kommt der raus. So, und das ist das Leben des Baums halt zu Ende. Und normalerweise, das ist so der gefürchtete Parasit, der die Wälder kaputt macht. Und da muss man sagen, nee, das sind schwächige Parasiten. Die gehen nur auf Bäume, die sich nicht mehr wehren können. Die Fichten zum Beispiel, die haben hier, kannst du auch sagen, Heimweh. Oder Durst. Denen ist hier zu heiß. Die haben zu wenig Wasser. Die können sich da nicht mehr wehren. Normal, wenn so ein Borkenkäfer sich da einbohrt, außen, dann drücken die so einen Tropfen Harz raus und ertränken den. Wenn es aber zu trocken ist, dann bleibt die dann quasi die Spucke weg. Das ist überhaupt diese Einteilung der Natur in Nützlinge und Schädlinge. Das ist total aus menschlicher Sicht. Also das kommt von dem Gedanken, dass man sich Natur vorstellt wie ein Uhrwerk. Ein Rädchen greift ins andere und man hat die Rädchen alle erkannt. Wo man sagt, nee, das ist ein Netzwerk. Das ist ein Geflecht. Und wenn du ein Rad A verstellst, dann passiert nicht B, sondern C. Einfaches Beispiel. Im Yellowstone-Nationalpark führte die Aussetzung einer fremden Forellenart dazu, dass die Hirschpopulation reduziert wurde. Du sagst, hey, wie geht das? Forellen fressen keine Hirsche. Aber diese Forelle hat die heimische Forelle verdrängt. Und die heimische Forelle war eher im flacheren Wasser und die Bären konnten die da fangen. Und diese fremde Forelle, die hat die heimischen verdrängt, ist im tieferen Wasser unterwegs, da kommen die Bären nicht dran und deswegen reißen die jetzt in ihrer Not Hirschkälber. Also haben Angler, die dort einfach nur Fische zum Angeln aussetzen wollten, dafür gesorgt, dass die Hirsche dort weniger werden. So. Und dann zu sagen, wir managen Ökosysteme, um die in eine bestimmte Richtung zu bringen, müssen wir sagen, setzen sechs. Das geht überhaupt nicht. Also du kannst Natur nur schützen, indem du zuguckst. Was überrückend sehr entspannend ist. Also Hände in die Hosentasche und sagen, so, ich mache jetzt Naturschutz. Also du kannst wirklich Naturschutz nur so machen. Das ist eigentlich total befreiend, oder? Der Nadelwald im Naturpark Südschwarzwald. Eine von Menschenhand geschaffene Fichtenplantage. Und dennoch wunderschön, naturnah und heilend. Ein Ort für Inspiration, Kunst und Sehnsucht. Herrlich wie dem Moos. Der Wahnsinn. Ist das herrlich. Guck mal, das ist doch ein wunderschöner Ort, ne? Ja. Uff. Guck mal, du kannst dich hier hinschmeißen, wo du willst. Es ist gut. Wenn man sich an so einem Ort befindet, dann kann man so ungefähr nachempfinden, was die im 19. Jahrhundert die großen Dichter und Denker empfunden haben, wenn die durch die Natur sind und das abgebildet haben in ihren Gedichten. So Heine, Eichendorf, Goethe. Unglaublich. Du hast mal erzählt, dass du vor Bäumen gesungen hast. Ja. Wenn ich zu Hause geübt habe während dem Studium, dann haben meine Kinder immer gesagt, Papa, schrei nicht so. Und dann bin ich raus in den Baden-Badner Stadtwald und habe dann versucht, wenn ich mir dann einen Baum besonders ausgesucht habe, für den zu singen. und mit dem eine Verbindung aufzubauen. Und so habe ich versucht, die Tragfähigkeit meiner Stimme auch tatsächlich zu spüren. Und würdest du auch für diese Bäume singen? Oh, für diese Bäume? Ja, ich, äh, vielleicht singe ich für diesen kleinen Baum. Oh. Oh, ja. Der sieht so aus, als ob er ein bisschen Streicheleinheiten gebrauchen könnte. Sehr freundlich ausgedrückt. Oh, wie schön ist deine Welt, Vater, wenn sie goldenstrahlt, wenn dein Glanz herniederfällt, und den Staub mit Schimmer malet, wenn das Rot, das in der Wolke bliebt, in mein stilles Fenster sinkt. Diese Sprache geht auch ein bisschen verloren. Und gerade diese Zeit der Romantiker, wie die Dinge ausgedrückt haben, mit welcher Blumigkeit, und diese Bilder, die da gezeichnet wurden, die haben wirklich auch, nehme ich mal an, die Dinge ganz anders wahrgenommen und deswegen auch anders beschrieben. Ja, das ist ja was, wo ich oft drüber spreche. Dass Deutschland eigentlich mal viel näher war an Spiritualität, aber dass das irgendwo verloren gegangen ist und das Esoterik ein Schimpfwort ist. Weil eigentlich hat es jeder schon mal erlebt. Klar. Also den sechsten, den siebten Sinn, die Ante, Intuition, Bauchgefühl. Und deswegen freue ich mich eben über so Leute wie Peter, die irgendwie einen Zugang zu den Menschen... Aber ist das nicht? Entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbrechen muss. Wie erreichen wir, dass der einfache Mensch da einen Zugang findet? Für die alles, was wir hier reden, sind das Fremdworte, die haben überhaupt keinen Zugang zu dem. Die sagen dann eher, die spinnen alle, die legen sich da in den Wald, die sind ja verrückt. Der eine fängt dann plötzlich an zu singen, unter anderem umarmt Bäume. Und ich glaube, dass genau die Gedanken von dir unglaublich hilfreich wären für ganz viele Menschen. Also ich kann es nur von mir sagen, weil ich habe das ja auch alles durch. Ich wollte die Welt retten. Ich wollte vor allem die Wälder retten. Und das schaffst du nicht. Also es geht ja immer noch mehr kaputt. Seit ich auf die Seite gewechselt bin, dass ich den Leuten versuche, mehr Freude zu bereiten damit, funktioniert es viel besser. Also auch für mich selber. Das ist für mich viel entspannter. Es ist für die Menschen entspannter, weil ich nicht nur mit traurigen, du kommst zwangsläufig auf ganz viele traurige Botschaften. Du sagst, da wird so viel kaputt gemacht. Und natürlich erwähne ich das auch. So ist das nicht. Aber eben nicht nur. Weil das macht mich kaputt und ich kann daran nichts ändern. Ich muss an den Sachen arbeiten, wo ich was dran ändern kann. Und die sind halt leider sehr begrenzt. Aber das habe ich lernen müssen. Wenn ich damit zufrieden bin und das gelingt mir zunehmend, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber das gelingt mir zunehmend, dann ist es für mich befreiender. Und ich komme, kriege ich zu den Leuten einen anderen Zugang als mit diesem alarmistischen, Achtung, das Ende der Menschheit naht, damit kann keiner was anfangen. Der Wald als Therapeut, als Freund und Inspirationsquelle. Die Reise geht weiter durch den Naturpark Südschwarzwald. Mit vielen positiven Ideen und kritischen Gedanken im Gepäck. Oh Mann. Gott, die Armen wollen auch. Ich hab's gewissen. Das war doch im Januar so ein schwerer Sturm. Hier sind richtig abgebrochen. Was das für eine Gewalt ist. Da zerrt an so einem Stammfuß und es ist ein Gewicht bis zu 100 Tonnen. Sie halten ja irre was aus, aber das war zu viel. Krass. Ich muss sagen, diese gepflanzten Bäume, die halten auch nicht mehr so viel aus. Wie ihr das mal gesehen habt im Wald, wenn Bäume so einen Drehwuchs haben, so wie gedreht sind. Und das hatten früher alle Bäume. Dann können die Federn wie so eine Lkw-Feder im Sturm, ohne zu brechen. Das ist aber für Bretter ganz blöd. Wenn du Bretter draus sägst und die trocknst du, dann drehen die sich auch so. Und deswegen züchtet man das weg. Und dann brechen Bäume leichter. Im 18. Jahrhundert gab es noch einen intakten Wald aus überwiegend Tannen und Buchen mit einem geringen Anteil an Fichten. Nach der Rodungsphase dieser Zeit pflanzte man die dichten Fichtenwälder an, die den schwarzen Wald heute charakterisieren. Jurassic Park. Ja, das stimmt. So ein bisschen was hat das hier. Und zwar in jeder Hinsicht. Und zwar Jurassic Park Folge 2. Nämlich hier ist, wir stehen jetzt in den Ruin von einem alten Bauernhof. Guck mal hier. Guck mal, da vorne geht es schon los. Die Mauern davon. Mauern, Mauern, Mauern. Ist Mitte des 19. Jahrhunderts aufgegeben worden, weil die Leute hier alles genutzt hatten, was da war. Der Wald war weg. Komplett weg. Und der Hof, das Land war, das ist ja auch die Höhenlage hier, eh schon keine hohen Erträge. Und die haben es nicht mehr gepackt. Mussten wegziehen. Und dann hat der Staat das Land gekauft und die haben es dann halt aufgeforstet. Und deswegen weiß man, dass die Bäume hier so um die 170 Jahre alt sind. Das sind gepflanzte Fichten. Die Reise durch den Hochschwarzwald neigt sich dem Ende zu. Das Ziel dicht vor Augen. Der Feldberg mit dem Feldsee. dem dunklen Auge des Schwarzwaldes. Peter, vielen Dank für diese zwei Tage. Das ist ja unglaublich. Der Feldsee. Wow. Der 32 Meter tiefe See ist in den letzten Eiszeiten entstanden. Oh, herrlich. Juhu. Ja. Wuuu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020